Musik Am 8. März, da wird die Frau als solche gewürdigt. Man kann stolz darauf sein, wer man eine Frau ist. Ja, ein Tag, an dem die Frauen geehrt werden und Frauen in jeglicher Form. Aber ich glaube, dass es einfach um viel Gleichberechtigung für Frauen geht, die noch nicht an allen Stellen vorhanden ist. Ja, der ist eingeführt worden, damit die Frauen zu ihrem Recht kommen halt. Früher war es ja wirklich so, dass es nur über die Herren ging und da hatten wir Frauen ja überhaupt nichts zu sagen. Und das finde ich halt gut, dass das jetzt sich so ein Stück weit gewandelt hat. Dass wir Frauen doch eigentlich auch ganz, ganz stark sein können. Ja, ich finde es besser, wenn die Frauen auch im beruflichen Leben teilnehmen können, nicht nur als Putzfrau. Bei uns in Deutschland befinden wir uns ja im Wandel, wo die Frau immer mehr Mitspracherecht bekommt und wo die Frau auch gleichwertig gesehen wird. Die Männer sind doch alles bestimmen. Die bestimmen alles. Und machen wir dies, machen wir jenes und so. Jetzt habe ich auch recht. Also ich finde, man kann auch, dass die Frau arbeiten geht und der Mann auch. Also so finde ich das. Der Mann könnte auch mal irgendwas und durch was tun. Ich glaube, dass es durchaus schon besser ist, dass auch Männer zu Hause bleiben und sich um die Kinder und den Haushalt und den Einkauf kümmern. Also würde es gerne ändern, dass auch Frauen arbeiten dürfen. Weil viele Länder dürfen ja die Frauen nicht arbeiten. Es ist der Weltfrauentag. Ja, leider gibt es immer noch viele, viele Länder, wo eine Frau ja nicht dasselbe Sagen hat. Frauen haben in der Welt immer noch nicht die gleichen Rechte. In manchen Ländern dürfen Frauen sich nicht verlieben, oder? International ist es so, wenn man jetzt in andere Länder reinguckt, da haben Frauen ja gar nichts zu sagen. Sie haben nicht immer überall die Wahl, ob sie einen Kopf zu tragen. Sie haben nicht immer die Wahl, welchen Mann sie lieben dürfen. Und sie können im Grunde nicht selber entscheiden. Wie Gewalt immer. Das finde ich nicht gut. Immer Gewalt an Frauen immer machen. Geht gar nicht. Gewalt gegen Frauen, finde ich, müsste vehement bestraft werden. Also es gibt keine Berechtigung dafür, Frauen in irgendeiner Form Gewalt anzutun. Es ist schwer zu sagen, aber auszubrechen. Auszubrechen aus dieser Gewalt, aus der Bevormundung und den Mut zu haben, nach vorne zu gehen und für sich selbst den Weg zu suchen. Es ist ja auch so, dass inzwischen da die Frauen auf die Barrikaden gehen und für ihre Rechte kämpfen. Werden zwar teilweise böse bestraft dafür, dass sie für ihre Rechte kämpfen, aber ich finde, ich finde es gut und es muss was passieren, auch in anderen Ländern. Ich meine, ich glaube nicht, dass es so wird, dass wir alles gleich kriegen wie jetzt die männliche Generation, aber man sollte schon gucken, dass es die Waage hält. Es müsste einfach ein Umdenken in den Köpfen stattfinden, weil es gibt zu viele Barrieren. Ja, ich denke schon, wenn man sieht, wie Frauen um ihre Rechte kämpfen, dazu gehört schon sehr viel Mut. Wenn Frauen in Ländern dafür kämpfen, dass sie frei leben können, dass sie Bildung haben dürfen, dass sie arbeiten dürfen, da gehört in vielen Ländern viel Mut dazu. Also Frauen können Frauen effektiv immer unterstützen. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass auch die, die sich vielleicht nicht trauen, den Mund aufzumachen, dass man denen den Rücken stärkt, dass man gemeinsam versucht, das Ganze in die richtige Richtung zu bringen. Ich bin dafür, sogar auch in einer Werkstatt, dass es einen Gleichstellungsbeauftragten geben sollte. Man sollte in allen Ebenen offen sein für Veränderung und auch Veränderung für Frauen, dass Frauen die Möglichkeit haben, egal was sie machen wollen, das auch erreichen können. Ich finde erst mal, dass der Krieg auffahren sollte, generell. » Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020